So und wieder zurück bei Tales of Symphonia und ich habe die Hoffnung, dass wir es jetzt vielleicht schaffen können. Bitte, bitte. Es wäre einfach ein Traum. Bitte. Bitte, bitte. Ja, Rain, komm. Das hast du schon mal gesagt. Es wird sich dadurch nicht ändern. So. Nehmen wir erst mal den. Junge, mir kam es eigentlich so vor, als hätte ich dich da hinten eingeteilt, ne? So. Ich versuche mal direkt reinzuhauen, damit wir die Kleinen so schnell wie möglich niederringen können. Ja. Ah, okay. Warte mal. Jetzt nehme ich mir den anderen vor. Ich glaube, es ist klug, erst mal die Gehilfen auszuschauen. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Wenn die so Sachen anfangen, ist das schon mal nie gut. Wenn die meinen Heiler vom Heilen abhalten, ist das schon mal, auch nochmal ganz bescheuert. Mach mal einmal das. Und, ah, okay. Und mach doch mal, wirf doch mal ein magisches Auge auf. Okay. Feuer funktioniert verständlicherweise nicht so gut. Dass Coletti-Puppetti sich immer aufs Maul legen muss. Nein, auf! 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 Nein! Nein! Au! Au! Hör auf damit! Finde ich nicht nett. Nein, ich wollte das erst mal. Ja. Ja, dadurch, dass wir so abgekackt haben, ist das, natürlich sind, äh, ist das Citrus-Geder wieder da. Das habe ich da natürlich aufgehoben. Genes! Aus der Linie raus! So. Genes, hau doch mal nochmal ein magisches Auge auf. Oh. Wir schaffen es! Leute, wir schaffen es! Halleluja! Ach, wie schön! Ach, wie schön! Ach, Gott. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh. Gott sei Dank. 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 Thank you, my lord. Oh. Ooh. How? What is that? Why are you feeling? My beloved daughter, Colette. Hihi. Colette has wings. Aha, and look. I can put them away, too. Plupp. Oh, wow. That's so cool. Here, look, look. Ähm. Was tut er da? He said the next place is across the sea. That means we get to sail on a ship. Haha. I can't wait. A ship? Hmm. I wonder if there are any ships sailing with the way things are right now. We should head to the coast to see what we can find. Okay, you two. We get it already. That's enough. Hihi. Okay. Süß. Colette lernt Angel Feathers. Halleluja. Wir können diesen Ort verlassen. Ist das eine Truhe? Schade. Ich will ja nichts verpassen. Ich habe immer die Sorge, ich verpasse irgendwie eine Truhe oder ein Geheimnis oder ein Gespräch oder, oder, oder. Naja, komm. Müssen wir eigentlich den ganzen Weg jetzt zurücklaufen durch den Tempel. Ich hasse es. Ich hasse euch. Warte mal. Nehmen wir einen neuen Speicherplatz. Man sollte ja nicht, äh, es soll ja niemand sagen können, ich lerne nicht aus meinen Fehlern, ne? Das sollte ja niemand behaupten können. Die, ah! Na, komm. Ja, 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 lass mich. Immerhin, man hat uns geheilt. Vielleicht war das der Engel. Vielleicht ist Remiel doch nicht so ein seltsamer Vogel, wie ich ihn empfinde. Ich finde ihn irgendwie ein bisschen... Ich bin skeptisch. Aber vielleicht... Uh! Vielleicht, äh, ist der mir auch einfach für meine Verhältnisse einfach zu schmierig. Aber ich glaub, da... Ich glaub, so müssen Engel einfach sein. Steht der in der Stellenbeschreibung? Boom. Warum? Remember the Angel's words. The Angel transformation process requires her to overcome a trial. Rather than taking her to a doctor, it would be best to let her rest here. I'm... Okay. I'll be fine after a little rest. I'm sorry to cause so much trouble. Stop apologizing all the time, you dork. It's not as if you can help it. You were suddenly turned into an angel. You're right. I'm sorry. Well anyway, let's set up camp before it gets dark. Ach ja. Und da wären wir. Hey Kratos. Dein X4 hatte eine ungewöhnliche Farbe. Er scheint etwas anders zu sein als deine und die der anderen. Übrigens, warum hast du... Warum hast du überhaupt einen X4? Den habe ich einem Design abgenommen. Ich habe gehört, Designs zwingen die Menschen in ihren Farmen zur Herstellung von X4s. Deshalb hatte Mabel also auch einen X4. Darf ich dich auch etwas fragen? Oh... Okay, klar. Warum wurdest du von einem Zwerg großgezogen? Papst hat uns entkräftet im Wald gefunden. Mama, mich und euch. Wir wurden von Designs... Wir waren von den Designs überfallen worden. Ach so. Demnach ist dein Vater vermutlich auch nicht mehr am Leben. Vermutlich nicht. Also haben die Designs den Tod deiner Eltern verschuldet. Sie haben auch dir dadurch dein Leben genommen. Hä? Deine Mutter wurde getötet und dann wurdest du aus deinem Dorf vertrieben. Und das mit dem Dorf war meine Schuld. Ich war schuld, dass die Designs ins Dorf kamen. Es hilft also nichts, die Augen zu verschließen. Ich werde nicht vor den Folgen meiner Taten davonlaufen. Das bin ich den Leuten schuldig, die bei dem Überfall gestorben sind. Und mir selbst auch. Verstehe. Da musst du diese Entschlossenheit aufrechterhalten, egal was die Zukunft bringt. Wieso rede ich mit dir überhaupt darüber? Ja, wer weiß. Hallo Neuchen. Wuhu. Hihi. Gines. Hey. Wie fandest du das Tofu Curry? Es war echt lecker. Es hat irgendwas gefehlt. Ach komm, es hat sich ja... Wir müssen... Wir wollen ihnen ja helfen, sich zu verbessern. Es hat irgendwas gefehlt. Wow. Ich bin ja verblüfft, dass dir das aufgefallen ist. Aber ja, ich hatte nicht alle Zutaten. Was soll das heißen? Du bist verblüfft. Äh, entschuldige. Ich wollte damit sagen, dass ich diese Antwort nicht von dir erwartet habe. Das ist ja wohl dasselbe. Es wäre perfekt gewesen, wenn ich eine Kerima-Frucht gehabt hätte. Ach, du hast gekocht? Natürlich. Ich dachte, Professor Ryan hätte gekocht. Oh, versuchst du meine Küche das nächste Mal, Lloyd? Wenn du weiterleben willst, lässt du das lieber. Oh oh. Ist doch wahr. Ich glaube, Brain findet das nicht so lustig. Colette scheint es besser zu gehen. Ja, sieht aus, als wäre die Verwandlung in einen Engel ziemlich hart. Ich frage mich, ob sich ihre biologische Struktur ändert. Bio... was? Ähm, ich frage mich, ob sie sich in eine andere Lebensform verwandelt. Colette ist Colette. Ja, du hast recht. Du hast ja recht. Du triffst die Wahrheit immer auf den Kopf. Äh... Das liegt daran, dass er nur nach Instinkt lebt. Hallo, Colette. Hallo, Colette. Hallo, Colette. Du hast ja nicht zu essen. Du hast noch nicht zu essen. Du hast noch Angst? Nein, ich bin gut. Ich habe einfach nicht so viel Appetite. Du kannst nicht auf die Kraft, wenn du nicht essen kannst. Ich weiß, du hast recht. Oh. 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 Ich bin gut. Hm. Hm. Ha ha ha. Du hast gefeiert. Ha 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 ha. Schön. Hey, shut up, Genis. Was ist mit mir passiert? Ach, Mann. Professor, wohin gehen wir als nächstes? Wir sollten nach Parmacosta gehen. Ich glaube nicht, dass wir auf diesem Kontinent weitere Hinweise finden werden. Das ist die größte Stadt der Welt. Der Tempel der Kirche von Martell ist dort und es gibt eine Schule. Ich bin mir sicher, wir finden dort Hinweise. Auf jeden Fall müssen wir den Osterpfad benutzen, um nach Parmacosta zu gelangen. Der Pfad ist nicht allzu gefährlich, aber es schadet nicht, wenn wir uns trotzdem gut wappnen. Ja, warum gehen wir nicht vorher in Triad einkaufen? Eigentlich sind wir eigentlich... Wir sind eigentlich ganz gut ausgestattet. Würde ich mal schätzen. Ich... Oder? Warte mal, gucken wir mal. Ähm... Ach komm, das reicht eigentlich. Die Frage ist, wo ist der Osterpfad? Das da oben? Vielleicht? Ihr wisst doch, wie toll ich mich orientieren kann. Ah! Ich krieg... Ich krieg noch meinen Herzinfarkt bei diesen Mistviechern. Ja, Leute, das sagst du nicht. Ich krieg dafür noch meinen Herzinfarkt. So. Oh yeah. Dafür kriegen wir sogar positive Galt. Nicht Galt. Ach, Grat meine ich. Galt nehme ich auch immer sehr gerne. Äh... Wo ist der Osterpfad? Wo ist er nur? Wo ist er nur? Das sieht doch aus wie ein Oster... Was? Die Wüste geht mir echt auf die Nerven. Willst du vielleicht ins Dorf zurückgehen? Und was soll ich da machen? Ich wurde ver... Wie soll ich das machen? Ich wurde verbannt. Dann tu nicht so, als wärst du hier im Urlaub. Tut mir leid. Nicht. Geht mir aus dem Weg! Weg! Gott! Ach, guck mal, da hat sich die Landschaft verändern. Ist echt süß. Tja! Das war leicht. Das war leicht. Das war leicht. So, ich würde mal sagen... Warte mal. Ich speichere mal vorher. Sicherheitshalber. Ich weiß gar nicht, wie viele Speicherplätze wir haben. Ob das unendlich ist oder begrenzt. Schick, schick. Was ist das für ein Pilz oder Apfel? Du? Okay. Wer zum Teufel... ... bist... ...du? Was? Ist sie ein Freund von dir, Lloyd? Hm... Nicht, dass ich mich bewusst bin. Sie ist die Manna von dir. Oh, das ist ich! Bekommst, um sterben! Oh! Uh-oh. Uh-oh. Kratos. Oh nein, was soll ich machen? Ich habe es wieder gemacht. Was? Du musst nicht über das zu beschäftigen. Wenn sie nicht in fallen hätte, dann hätte sie geklärt. Ach, was? Doch nicht. Hm, ach komm. Ich glaube, ich fühle mich ein bisschen entschuldig. Ich hoffe, sie ist okay. Auch wenn sie zu gewährleidig sind, dass sie 45 Kilogramm sein, ist sie zu 45 Kilo. Junge! Oh! Kratos, du Spielverderber. Hey, shouldn't we try to find out who that woman was? She'll come after us again on her own. This area is too confined. The footing is poor. It would be wise not to linger. It would be wise not to linger. Ja, 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 Kratos, wir gehen ja schon. Thank you very much.